Achtung, welcher Content passt am besten zu meiner Zielgruppe? Das erfährst du jetzt im folgenden Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, welcher Content denn am besten zu deiner und meiner Zielgruppe überhaupt passt. Als allererstes muss man natürlich wissen, was ist deine Zielgruppe, wer ist deine Zielgruppe? Ich denke, das ist ein Thema, das solltest du im Regelfall für dich schon längst herausgefunden haben. Wenn nicht, wirst du das in einem folgenden Video von mir erfahren, mit welchen drei einfachen Schritten du deine Zielgruppe herausfinden kannst. Und das sind einfach nur drei simple und einfache Fragen, die ich dir stellen kann und die ich dir in diesem Video stellen werde, die du für dich beantworten kannst, um nachher dir klarer darüber zu werden, wer deine Zielgruppe tatsächlich ist. Aber wenn du das herausgefunden hast, geht es jetzt darum, Inhalte zu erstellen, weil Content Marketing ist wichtiger denn je. Weil in einer Zeit, wo wir mit extrem vielen Werbebotschaften bombardiert werden tagtäglich, verlieren Konsumenten, also Menschen wie du und ich, wir sind alle Konsumenten, wir sind Konsumenten von diversen Produkten, verlieren wir alle ein bisschen das Vertrauen in verschiedene Produkte einfach. Wir verlieren das Vertrauen in Werbung und wir verlieren das Vertrauen in viele Markenbotschafter ebenfalls. Und Content Inhalte, etwas was ich gerade auch erstelle und mache, ist extrem wichtig, um ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dieses Vertrauensverhältnis baut sich innerhalb zwei Punkte auf. Weil das erste Ziel von Content ist, Vertrauen aufzubauen und nachher logischerweise Verkäufe zu steigern oder natürlich das Ziel zu erreichen, was du mit deiner Content Creation überhaupt hast, Follower aufzubauen, Abonnenten aufzubauen oder sonst was. Und das Vertrauen baust du in zwei Schritten auf. Der erste Schritt ist relativ einfach. Es wurde in einer Studie einmal festgestellt in den USA, haben die herausfinden wollen, wie lange braucht es für eine, braucht es bis eine Frau mit einem wildfremden Mann ins Bett steigt. Ja, du hast richtig gehört. Die haben herausfinden wollen, wie lange braucht es für eine wildfremde Frau mit einem wildfremden Mann, also zwei Menschen, die sich nicht kennen, wie lange braucht es bis sie ins Bett steigen. So, schreib mir das mal kurz in die Kommentare, was du dazu denkst. Du geh auf Pause und schreibst mal rein, ja, oder schreibst du auf einen Zettel oder sonst was. Es ist wichtig, dass du es dir jetzt kurz aufschreibst oder in die Kommentare schreibst, einfach damit du bei dem Spiel mitmachen kannst, weil am Ende werde ich es auflösen, wie lange. Auf jeden Fall haben sie anhand dieser Zahl festgestellt, dass es einfach ein bisschen länger braucht, als man wahrscheinlich denkt, um ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen zu seinem Gegenüber. Und das erbaut man am einfachsten und simpelsten auf, indem man halt Videos produziert oder Bilder postet oder Texte schreibt. Ja, Bilder schreiben nicht, sondern Bilder postet oder Texte schreibt. Und dann dieses Vertrauensverhältnis in einfachen Stücken über diesen Zeitraum erstellt. Und sobald dieser Zeitraum durchbrochen ist und das ist einfach nur eine durchschnittliche Zahl, beim einen geht es schneller, beim anderen weniger, weil ich meine, ich selber verkaufe ja ebenfalls Online-Produkte. Und es gibt Menschen, die kennen mich seit 2, 3 Jahren und haben bei mir noch kein einziges Produkt gekauft. Es gibt Menschen, die gucken sich ein einstündiges Video von mir an und sind danach bereit, 3, 4, 5.000 Euro zu investieren in ein Produkt von mir. Das heißt, es ist nicht universell bei jedem gleich, sondern es ist nur eine gewisse Durchschnittszahl. Und beispielsweise ein YouTube-Kanal hilft dir dabei, mit deinem Content dieses Vertrauen aufzubauen. Im ersten Schritt über diesen Zeitraum. Der zweite Punkt, von dem ich gesprochen habe, sind die Inhalte, die du bringst. Weil wenn du es schaffst, dein Gegenüber durch den Content, den du bringst, erstens neugierig zu machen auf mehr, zweitens eine gewisse Sympathie zu dir aufzubauen und drittens, dass dein Gegenüber das Gefühl kriegt, warte mal, er gibt mir Free Value, das heißt er gibt mir viel Mehrwert kostenfrei raus. Und er gibt mir nicht nur viel Mehrwert kostenfrei raus, sondern das sind auch echt gute Tipps und ich habe Spaß dabei, es mir anzugucken und ich habe damit Resultate. Schaffst du es über einmal diesen Zeitraum und darüber, dass du durch die Inhalte, die du bringst, einen gewissen Gedankenprozess auszulösen und Resultate zu erzielen im besten Fall, weil die Menschen das umsetzen, was du ihnen beibringst, dieses Vertrauen aufzubauen und dann mehr Follower aufzubauen, mehr Empfehlungen reinzuholen und Verkaufszahlen zu steigern. Deshalb ist Content extrem wichtig. Welcher Content passt denn zu deiner Zielgruppe jetzt am besten? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel anhand von mir. Bei mir dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. Das heißt, alle Inhalte, die ich erstelle, drehen sich genau um diese Themen, weil Menschen sich dafür interessieren. Das heißt, wenn es um Social Media geht, spreche ich viel um eine Sache, die Menschen tagtäglich benutzen und zwar Instagram. Menschen wollen wissen, wie kriegen sie mehr Follower auf Instagram. Sie wollen wissen, welche Tipps und Tricks gibt es, um die Story-Zuschauer zu boosten. Wie können sie dafür sorgen, so schnell wie möglich 10.000 Follower zu haben, um beispielsweise ihre Story in der Story in Swipe abmachen zu können. Wie kriegen sie es hin, dass viel mehr Menschen auf ihre Links dort klicken, dass viel mehr Menschen oder viel mehr Unternehmen mit ihren Kooperationen eingehen. Das ist einfach so eine Recherche, die ich betrieben habe. Und die Recherche baut auf zwei Sachen auf. Erstens habe ich mit Menschen darüber geredet, die Instagram nutzen und sich für Social Media Marketing interessieren und habe einfach anhand von Umfragen und zwar eine Ask-Campaign. Ich habe einfach auf SurveyMonkey 10 Fragen aufgestellt und habe die einfach mal in meiner Story und überall anders verschickt und gesagt, beantwortet das mal bitte. Ihr müsst keinen Namen, keine E-Mail eintragen. Und habe denen Fragen gestellt, was sie am meisten interessiert. Und habe festgestellt, dass 90% von den Leuten dieselben Sachen interessieren. Das heißt, du kannst mit einer Ask-Campaign herausfinden, was deine Community an Content überhaupt interessiert. Das ist die erste Sache. Aber die einfachste Sache ist es, du bist selber deine Zielgruppe. Du selber. Weil mich hat damals ebenfalls Social Media Marketing interessiert. Und bevor ich angefangen habe, Videos zum Thema Social Media Marketing zu drehen, um Videos zu machen, in denen ich Leuten zeige, wie sie ebenfalls Geld über Social Media verdienen können, musste ich selber herausfinden, wie das geht und habe gewisse Fragen gehabt. Wollte gewisse Dinge herausfinden. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin einfach zu meinem 16-jährigen Ich zurückgegangen gedanklich und habe mich gefragt, was habe ich damals alles wissen wollen. Habe meine Notizbücher rausgeholt, meine Workbooks rausgeholt und dann herausgefunden, was mich damals alles interessiert hat. Und auch Sachen, die mich heute noch interessieren. Und genau diese Sachen, die ich herausgefunden habe und die mich heute noch interessieren und die ich am herausfinden bin, genau diese Sachen teile ich mit der Welt und teile ich mit meiner Zielgruppe, weil ich ganz genau weiß, dass diese Menschen, die mir zuhören oder die sich meine Videos angucken, sich für dieselben Themen interessieren. Warum? Weil sie würden mir nicht zuhören, wenn sie sich nicht dafür interessieren würden. Und ich weiß, dadurch, dass ich diese Sachen teile und sie mich damals interessiert haben und mir dabei geholfen haben, meinen Werdegang im Prinzip dorthin zu gehen, wo ich hin wollte, ist es der passende und richtige Content für meine Zielgruppe. Ja, so und deshalb super einfach und wichtig ist da auch eine gerade Linie zu fahren bei deinem Content, weil du, wenn du beispielsweise im Fitnessbereich tätig bist, ja, da solltest du jetzt nicht anfangen Business-Videos zu machen, außer deine Zielgruppe interessiert sich dafür, aber deine Zielgruppe folgt dir oder ist bei dir, weil sie sich für das Thema Fitness, für Ernährung interessieren, ja, für einen gesunden Lifestyle und nicht dafür, wie du viel Geld verdienst. Und bei mir ist es genau das Gleiche. Ich fange jetzt nicht an, Videos zum Thema Fitness zu machen, ja, weil die Menschen, die mir zuhören, sich interessieren für das Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. Also mache ich zu diesen drei Sachen Videos und fange nicht an, Fitness-Videos zu machen. Fange nicht an, mich in die Küche zu stellen und auf einmal übers Kochen zu sprechen. Fange nicht an, auf einmal Call of Duty-Tutorials zu geben, obwohl ich gerne Call of Duty spiele, aber deshalb guckt ihr mir nicht zu, deshalb hörst du mir nicht zu. Und das ist extrem wichtig für dich. In dem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen und du weißt jetzt ungefähr, was da funktioniert und was geht und mach dich da nicht wuschig. Ganz, ganz wichtiger Tipp, mach dich nicht wuschig. Mach es dir einfach und teil die Inhalte, die in deinem Kopf sind. Dinge, die du selber damals lernen wolltest, glaub mir, weil das ist oftmals einfacher, als du denkst. Und in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video, aber davor möchte ich noch kurz auflösen und zwar die Zahl, wie lange es dauert, um ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen, beziehungsweise in dieser Studie, wo es darum ging, zwei fremde Menschen, wie lange braucht es, bis sie miteinander ins Bett steigen, liegt bei sieben Stunden. Das heißt, die haben herausgefunden, dass es durchschnittlich sieben Stunden braucht, sieben Stunden Interaktionszeit. Nicht sieben Stunden von Hallo und dann gehen wir auseinander und in sieben Stunden treffen wir uns wieder, sondern es braucht sieben ganze Stunden Interaktionszeit und diese kannst du über Videos schaffen, unter anderem, weil es geht jetzt nicht darum, wie kriegst du jemanden dazu, mit dir ins Bett zu steigen, nicht über Videos, sondern es geht darum, deine Zielgruppe dazu zu kriegen, das zu tun, was du von dir möchtest und das kannst du mit Videos machen, das kannst du mit Beiträgen machen und wenn du es schaffst, jemanden dazu zu bringen, sieben Stunden Interaktionszeit mit dir zu verbringen, ob es auf einer Veranstaltung ist oder ob es beispielsweise eben durch Videos ist, durch Podcasts zu hören oder mit dir sprechen, mit dir telefonieren, dann hast du die Katze im Sack. In dem Sinne, ich freue mich drauf, wir sehen uns beim nächsten Mal, dein Nick, bis dann, ciao.